Da hast du einen Andreas Ah, da geht das So Oh Deconstruction Huh, das ist richtig Yeah Ich habe gedacht, dass ich ein neues Land habe Anyway Verjagert die Baufirma Zerstelle alle Baucontainer und erledige den Vorarbeiter Mit Bauvorzeigen kannst du die Baucontainer besser zerstören So Drei 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 éd Drei 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 Hey, you fool! Ah, er ist... Untertitelung des ZDF, 2020 Get your shit out of my way Im Endeffekt ist die Mission eh so leicht man Macht nur so einen Plötz Dude Dude You try to kill him now You try to kill him now That's Mark gang Go ahead make me hurt What are you stealing? Hey I oughta kick your ass I don't wanna be another crime statistic Now it's enough here You know what this is? Now this ain't just my fault I'm gonna miss you Pfff 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 Und da oben ist der Segez Holy crap, I didn't see nothing! Oh God, no! Wow! Oh Gott! I'll get them all! Oh! My soup! It's ruined! Oh Gott! Please! Somebody help! I'm just- Oh! Oh! Oh my- Oh shit! Shouldn't have had that goddamn curry! Happy Friday! Amazing pal! Bring it on, buddy. Oh, dude. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin dumm. Wo sind wir? Wir sind über Angel Pine. Vielleicht können wir sie auf den Weg holen. Wir können sie auf den Weg holen. Wird auf! 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 Oh hohe Polizei.... Polizei, polizei! Hey, it's me! There goes my burrito! Ah, fuck you two! Ah, fuck you two, yes! Delete! Duh! Ah! 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 Das war's für heute. Da ist es, Hones! dann muss ich parken Ist das es? Hey, wer ist das Gringo? Ich mag nicht den looken, der Mann. Das ist mehr als ein paar Thug pushen Product. Das ist eine sehr gute Organisation. Wie viele dieser Clowns sind da? Ah, ich weiß ein Pippen, ich sehe einen. Sie sind clever über das. Es gibt keine Exchanges, nichts incriminiertes. Das war ein schweres Scheiß. Wir sollten uns hier verbreiten und rauskommen. Ich werde dich wieder in der Garage treffen. Coolio, wir haben was wir für jeden Fall gekommen sind. Gut. 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 Vielen Dank.